Epilog Pandemonium Was ist da gerade geschehen? Wohin ist ihr verschwunden? Wer hat ihr beigebracht, wie man das macht? Die erregten Stimmen im Garten umrauschten Daniel wie aus weiter Ferne. Er wusste, dass die anderen heftig miteinander stritten und in der Dunkelheit nach weiteren Verkündern suchten. Aber Daniel beteiligte sich nicht daran, er war für alles andere als seinen Schmerz unempfänglich. Er fühlte sich, als wäre er ganz allein auf der Welt. Er hatte sie verloren. Er hatte alles verloren. Aber wie konnte das sein? Wochenlang hatte er sich aufgerieben, hatte nur ein einziges Ziel gekannt. Sie so lange zu beschützen, bis der Zeitpunkt gekommen war, an dem er sie nicht mehr beschützen konnte. Jetzt war dieser Zeitpunkt gekommen und gegangen und mit ihm los. Alles konnte ihr nun zustoßen und sie konnte überall sein. Er hatte sich noch nie so leer und so beschämt gefühlt. Warum können wir nicht einfach den Verkünder aufsammeln, durch den sie gegangen ist, ihn wieder zusammensetzen und ihr folgen? Der Neffelim-Junge. Malz. Er kniete im Garten und fuhr wie ein Geisteskranker mit den Fingern in den Scherben herum. So funktioniert das nicht. Fuhr Daniel ihn an. Wenn man in ihn hineingeht, nimmt man den Verkünder mit. Deshalb macht man das auch nie. Außer mann. Cam schaute Malz beinahe mitleidig an. Hoffentlich weiß Luz mehr über das Durchschraten von Verkündern als du. Halt die Klappe, sagte Shelby, die sich schützend vor Malz stellte. Wenn er nicht Luz Spiegelbild erzeugt hätte, dann wäre Phil jetzt mit ihr auf und davon. Shelby wirkte zwischen all den gefallenen Engeln dennoch unsicherer als sonst, als sei sie ständig auf der Hut. Vor ein paar Jahren war sie einmal in Daniel verliebt gewesen. Ein Gefühl, das er nicht erwidert hatte. Aber bis zu diesem Abend hatte er das Mädchen eigentlich immer gemocht. Jetzt aber störte sie einfach nur. Du hast selbst gesagt, dass Luz sogar tot immer noch besser dran wäre als bei den Outcasts, sagte sie nun, immer nochmals verteidigend. Die Outcasts, die nur durch deine Schuld überhaupt hierher gefunden haben. Arion mischte sich ein und Shelby wurde rot. Warum sollte ausgerechnet eine Nephilim einen Outcast erkennen können? schleuderte Molly Arion entgegen. Du hast dich in Schorland aufgehalten. Du hättest viel vorher etwas bemerken müssen. Ruhe alle miteinander! Daniel konnte nicht mal richtig denken. Der Garten war mit Engeln überfüllt, aber Luz' Abwesenheit machte ihn verlassen und leer. Er ertrug die anderen um ihn herum nur noch schwer. Shelby, die dem Outcast so leicht in die Falle gegangen war. Miles, der glaubte, dass es eine Zukunft für ihn und Luz geben könnte. Cam, der tatsächlich den Fall auf Luz abgeschossen hatte, als er glaubte das. Der schreckliche Augenblick, als er dachte, er hätte Luz für immer durch Cam's Sternfall verloren. Seine Flügel hatten sich mit einem Mal zu schwer angefühlt, um sie noch heben zu können. Und Kelte als der Tod. In diesem Moment hatte er jede Hoffnung verloren. Aber es war nur ein optischer Trick gewesen. Ein in die Wirklichkeit projizierte Spiegelbild. Unter normalen Umständen eigentlich nichts Besonderes. Doch darauf war er einfach nicht gefasst gewesen. Cam's Treffer hatte ihm einen entsetzlichen Schrecken eingejagt. Der Schock hätte ihn fast getötet, bis Luz plötzlich wieder aufgetaucht war. Wie auferstanden und ihn eine unermesslich große Freude durchflutet hatte. Es gab noch immer Hoffnung, solange er sie wiederfinden konnte. Es hatte ihn verblüfft, als er gesehen hatte, wie Luz den Schatten öffnete. Er war davon beeindruckt gewesen und gleichzeitig von Angst um sie erfüllt. Er hatte sich auf eine neue, schmerzhafte Weise zu ihr hingezogen gefühlt. Aber vor allem hatte es ihn verblüfft. Wie viele Male sie das wohl schon getan hatte, ohne dass er überhaupt davon wusste? »Was hast du vor?« fragte Cam, der neben ihn getreten war. Ihre Flügel näherten sich einander, wie magisch angezogen. Das war schon immer so gewesen, fast wie ein Naturgesetz. Und Daniel war zu erschöpft, um dagegen anzukämpfen. »Ich gehe nach«, sagte er. »Guter Plan«, meinte Cam spätisch. »Immer ihr nach, wo auch immer in Raum und Zeit sie sein mag. Kann ja nur überall auf der Erde und zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von Jahrtausenden sein. Warum sich da eine Strategie ausdenken?« Für seinen Sarkasmus hätte Daniel sich am liebsten gleich wieder mit Cam geprügelt. »Ich hab dich nicht um deinen Rat oder deine Hilfe gebeten, Cam.« Nur zwei Sternenpfeile waren noch im Garten. Der eine, den Daniel, dem von Molly getöteten Outcast-Mädchen, abgenommen hatte, und der andere, den Cam vom Beginn des Waffenstillstands bei sich trug. Sein Fund vom Strand. Wären Cam und Daniel jetzt gegeneinander angetreten, so hätte dies einen perfekt symmetrischen Kampf ergeben. Zwei Jungen, zwei Sternenpfeile, zwei unsterbliche Feinde. Aber nicht jetzt. Noch nicht. Sie mussten sich erst gegen so viele andere zur Wehr setzen, bis sie wieder gegeneinander antreten konnten. Cam meint. Roland schob sich zwischen die beiden und sprach mit gesenkter Stimme auf Daniel ein. »Dass es vielleicht besser wäre, wir gehen diese Sache gemeinsam an.« »Ich habe ja mitgekriegt, wie diese Kinder durch die Verkünder jetten. Sie weiß wirklich nicht, was sie tut, Daniel. Sie wird ziemlich schnell Probleme kriegen.« »Ist mir klar.« »Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich auch mal helfen zu lassen.« sagte Roland. »Ich kann euch helfen«, rief Shelby, die vorher flüsternd mit Miles gesprochen hatte. »Ich glaube, ich weiß nämlich, wo sie ist.« »Du?« fragte Daniel. »Von deiner Hilfe habe ich genug. Von euch beiden.« »Daniel, ich kenne Luz besser als irgendjemand anders auf der Welt.« Daniel wandte sich von ihnen allen ab, hin zu dem dunklen, leeren Raum im Garten, wo sie durch den Schatten geschritten war. »Besser als irgendjemand von euch sie jemals kennen wird. Ich brauche eure Hilfe nicht.« »Du kennst ihre Vergangenheit«, sagte Shelby, die rückwärts vor ihm herging, sodass er sie anschauen musste. »Aber du weißt nicht, was sie in den vergangenen Wochen in Schorlein durchgemacht hat. Ich war bei ihr, als sie die Augenblicke in ihre vergangenen Leben hatte. Ich habe ihr Gesicht gesehen, als sie die Schwester wiedergefunden hat, die sie verlor, als sie dich küsste, und sie dann...« Shelby verstummte. »Ich weiß, dass du mich jetzt hasst. Aber ich schwöre dir, egal an wen oder woran ihr auch immer glaubt, ich schwöre, dass du dich von jetzt an auf uns verlassen kannst. Du kannst mir vertrauen. Miles auch. Wir wollen wirklich helfen. Bitte.« Sie streckte die Hand nach Daniel aus. »Vertrau uns.« Daniel riss sich von ihr los. Jemandem Vertrauen, das war noch nie sein Ding gewesen. Was sie mit Lucer band, war durch nichts zu erschüttern. Um Vertrauen war es dabei nie großgegangen. Ihre Liebe bestand einfach. Punkt. Seit einiger Ewigkeit hatte Daniel nicht mehr jemanden oder auf irgendetwas vertraut. Und er verspürte kein großes Bedürfnis, jetzt damit anzufangen. Von der Straße war das Kläffen eines Hundes zu hören. Dann noch einmal. Lauter. Näher. Lus' Eltern kamen von ihrem Spaziergang zurück. In der Dunkelheit kreuzten sich die Blicke von Daniel und Gabby. Sie standen neben Kelly, die bestimmt Trost brauchte. Ihre Flügel hatten sich bereits wieder eingezogen. »Geh«, flüsterte sie ihm inmitten der Ödnis und des mit einer dicken Staubschicht bedeckten Gartens zu. Womit sie meinte, »Geh und finde sie.« Gabby würde sich um Lus' Eltern kümmern. Sie würde dafür sorgen, dass Kelly nach Hause kam. Sie würde Daniel den Rücken frei halten, damit er seiner wichtigen Aufgabe nachgehen konnte, Lus' zu finden. »Wir treffen uns später und helfen dir, so gut wie wir können.« Der Mond schob sich hinter einer Wolke hervor. Daniel Schatten breitete sich lange vor seinen Füßen aus. Er sah eine Weile zu, wie er wuchs, und zog dann den Verkünder, der sich in ihm verbarg, zu sich empor. Als dessen kühle, feuchte Düsternis ihn streifte, wurde ihm auf einmal bewusst, dass er schon seit langem nicht mehr in die Vergangenheit gereist war. Zurückzuschauen war normalerweise nicht sein Stil. Aber die dafür notwendigen Gesten beherrschte er immer noch. Sie hatten sich in seinen Flügeln und seiner Seele und seinem Herzen eingeprägt. Er handelte schnell, löste den Verkünder aus seinem eigenen Schatten heraus und kappte hastig die letzte Verbindung zum Boden. Dann klatschte er ihn wie ein Töpfer ein Stück Lehm vor sich in die Luft. Der Verkünder bildete ein vollendetes, prächtiges Portal. Er war Teil jedes früheren Lebens von Lus' gewesen. Es gab keinen triftigen Grund, weshalb er sie nicht finden sollte. Daniel öffnete die Tür. Bloß keine Zeit vergeuden. Sein Herz würde ihn zu ihr tragen. Eine untrügliche Ahnung sagte ihm, dass hinter der nächsten Ecke etwas Schlimmes auf ihn lauerte. Aber weit in der Ferne erwartete ihn ein unermessliches Glück. Das sagte ihm die Hoffnung. Es musste sein. Seine brennende Liebe zu ihr durchflutete ihn, bis er sich davon so erfüllt fühlte, dass er fürchtete, nicht mehr durch das Portal zu passen. Er legte seine Flügel eng um den Körper und machte einen großen Schritt in den Verkünder hinein. Hinter ihm im Garten, bereits ganz fern, waren erregte Stimmen zu hören. Er gab einen Jauchser von sich, als er vollständig in den Schatten eintauchte. Daniel! Stimmen hinter ihm. Sie folgten ihm, kamen näher, riefen seinen Namen, als er tiefer und tiefer in die Vergangenheit zurückreiste. Würde er sie finden? Keine Frage. Würde er sie retten? Aber immer. Das war Engelsmorgen von Lauren Kate ? Ich habe die Verkünder.